So, ich bin's wieder und diesmal mit einer Frage. Habt ihr Bock, ein bisschen Gameplay vom Spiel Sniper Elite 3 zu sehen? Ja, hier im Hintergrund seht ihr es gerade, da habe ich einem Typen Hedgehog gegeben, die anderen beiden habe ich kastriert. Ähm, und, ähm, ja. Ich kann hier ein paar Gameplays bringen, ich lade auch nochmal kleine Clips hoch, wo ich zwei Leuten Hedgehog gebe, dass ihr mal so ein bisschen seht, ob ihr auf die Gewalt Bock habt oder ob ihr warten wollt, bis im Herbst und im Frühjahr nächstes Jahr ein neues Spiel rauskommt. Okay, bis zum nächsten Video.